Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play League of Legends. Mein Name ist Einsteininio und heute spiele ich für euch Anivia, die mit den Chicken Wings aus der Tiefkühlabteilung. Das Wichtigste aber wie immer zuerst, alle wichtigen Informationen zu League of Legends und zu Einsteininio LP gibt es natürlich wie immer in meinem Kanalbanner und in der Videobeschreibung. Und dort gibt es auch die Runen und Masteries, die ich in diesem Spiel für Anivia verwendet habe. Wir schauen uns die Teams und das gegnerische Team besteht aus Maokai im Jungle, Ari, Atrox, Nidalee und Draven und den gegenüber stehen Ash, Zack im Jungle, Thresh, Urgot für die Topline in diesem Falle und meine Wenigkeit als Blackfrost Anivia. Und damit würde ich sagen, springen wir dann auch direkt hinein ins Spiel. So, damit geht es also los heute mit Blackfrost Anivia, passend oder beziehungsweise sehr gut im Anschluss an ein Let's Play Quinn, die sich ja dann auch häufiger mal gerne durch ihren Vogel vertreten lässt heute, also als Anivia, die ja von Geburt an quasi ein Vogel ist. Und ja, ich denke wir werden also jetzt gleich uns auf den Weg in Richtung Midlane machen. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich jetzt hier schon mit den Fähigkeiten, bzw. der passiven Fähigkeit anfangen sollte, denn ich hoffe mal, dass wir zumindest jetzt gleich auch noch die Emotes von Anivia zu Gesicht bekommen, denn gerade der Control-1-Emote, also quasi der Joke, sind für diesen neuen Skin ja auch unter anderem überarbeitet worden und auch optisch sehr, sehr schön und auch inhaltlich etwas lustiger gestaltet. Deswegen gucken wir einfach mal und warten mal hier ein Stück weit ab, wo wir jetzt hinfliegen. Jetzt sieht es erstmal so, dass wir hier direkt mal in Richtung Mitte fliegen können, auch mal ein Stück weit hier reinzoomen. Da flattert es also gerade so ein bisschen durch die Gegend. Auf der blauen Seite wäre es vielleicht noch ein bisschen cooler, jetzt hier mit diesem roten Rahmen ist es ein bisschen was anderes. Aber egal, wir gucken mal, ob wir jetzt hier zumindest noch ein paar Emotes raushauen. Gerade macht das erstmal der Kollege Thresh, aber vielleicht kommt zumindest gleich mal noch einer dazustande. Minions sind schon mal da, so langsam müssten wir dann mal anfangen. Mit diesem dunklen Macht, kann ich endlich... Nein, das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Ah, da ist es. Das Ei. Und ja, schade eigentlich. Generell nämlich noch eigentlich hier sehr, sehr lustig, dass sie da dann, ja, nachdem sie kurz drauf gesessen hat, auch noch seitlich da runterrutscht. Für Vögel eigentlich eher untypisch. Aber gut, bei Anivia ist das alles ein bisschen anders. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir jetzt auch die Emotes, die Emotes sein, wer sie sich angucken möchte, kann das sicherlich auf YouTube irgendwo noch nachholen. Und wir gehen direkt mal hinein in die Fähigkeiten. Die, ja, mit Abstand berühmteste Fähigkeit natürlich von Anivia ist natürlich ihr Ei, beziehungsweise die Fähigkeit an sich, oder als solche heißt Rebirth. Und, ja, ist nämlich genau das mehr oder weniger eine Wiedergeburt. Allerdings in dem Falle eher im invertierten Sinne. Denn, ja, sollte Anivia, ja, sobald sie, oder solange sie halt eben diesen passiven Effekt aktiv hat, getötet werden, oder halt alle Lebenspunkte verlieren, denn getötet wird sie ja dann in dem Falle noch nicht. Dann verwandelt sie sich eben in ein Ei, das, je nachdem auf welcher Stufe sie sich gerade befindet, dann auch Rüstung und Magieresistenz erhält. Allerdings modifizierterweise, das fängt dann erstmal so an bei Werten, die, oder wo quasi dann minus 40 abgezogen wird, also eigentlich 40 abgezogen wird, nicht minus 40. Auf den höheren Stufen kommt dann im Gegensatz sogar dann nochmal wieder ein Stück weit was drauf. Aber das ist jetzt, denke ich, nicht so relevant. Das Ganze, ja, hat dann mehr oder weniger so eine Art Countdown von 6 Sekunden. Das sieht man auch daran, dass dann so ein, ja, so eine kleine Eiskugel quasi vom Himmel auf dieses Ei herabfällt. Und sollte, ja, dieses Ei, das im Endeffekt dann genauso viele Lebenspunkte hatte, wie Anivia vorher, quasi überleben diese Zeit lang, dann wird sie eben wieder geboren. Und genau mit derselben Prozentanzahl von Leben, wie sie halt eben vorher auch schon hatte. Und, ja, Mana wird in dem Falle nicht beeinflusst. Das heißt, wenn sie vorher keinen Mana hatte, dann hat sie nachher auch keins. Und, ja, wenn sie halt doch noch Mana hatte, dann hat sie halt auch nachher welches. So, da haben wir gerade erstmal die gute, ja, Ari vor eine schöne Wand gestellt. Da kommen wir aber gleich zu. Vielleicht noch kurz ein paar weitere Fakten zum Egg, beziehungsweise zum Rebirth. Sehr interessant zum Beispiel nämlich auch, dass dann auch im Chat, falls man dann irgendwas schreibt oder irgendwas anderes mit einem passiert, dann eben auch Egg Nivia steht und nicht mehr Anivia. Das Ganze hat einen internen statischen Coulon von 4 Minuten, kann auch nicht durch irgendwie Coulon Reduction Items oder ähnliches modifiziert werden. Das heißt, wenn man dann einmal das Ei, ja, quasi erreicht hat und dann ist es egal, ob man dann eben das Ganze dadurch überlebt oder auch nicht, dann sind halt eben diese Coulon von 4 Minuten auf dieser Fähigkeit. Und, ja, man kann das Ganze natürlich auch, wenn es auf dem Boden rumliegt, durch Crowd-Control-Fähigkeiten, also eigentlich eher dann durch, ja, Move-Crowd-Control-Fähigkeiten, also zum Beispiel sowas wie den Buster-Shot von Tristana oder zum Beispiel auch den Headbutt von Alistair durch die Gegend bewegen. Das kann manchmal auch recht hilfreich sein, zum Beispiel, wenn sie es halt, oder wenn ihr es halt in dem Fall gerade noch geschafft habt, unter den Tower zu kommen, dann dürft ihr euch trotzdem nicht allzu sicher sein, dass ihr das Ganze überlebt, denn dann kann es nämlich trotzdem passieren, dass sich irgendjemand eurer Gegner dann wieder aus dem Tower-Bereich rauskickt. Dann gibt es ja nicht nur in der Medizin, sondern auch hier in League of Legends durchaus ein paar Champions, die, sagen wir mal, lebensverlängernde Maßnahmen in ihrem Repertoire haben, zum Beispiel der gute Cillian mit seiner Ulti oder eben zum Beispiel auch Yorick mit seiner Ulti, wenn wir jetzt hier direkt schon mal einen weiteren Gank hier versuchen auf Ari in der Mitte, reicht allerdings in dem Fall noch nicht ganz aus der Schaden. Und zum Beispiel auch mit dem Guardian Angel gibt es ja auch ein Item, was eben genau diese Eigenschaft quasi hat. Und ja, damit ist Anivia, glaube ich, so der einzige Champ, der es schaffen kann, vier Tode zu überleben. Und zwar, wenn man dann halt wirklich mal das Vergnügen haben sollte, sowohl einen Cillian als auch einen Yorick im Team zu haben und einen Guardian Angel, dann wird das also alles in der folgenden Reihenfolge geprockt. Als erstes der Chrono-Shift von Cillian, dann kommt das Omen of Death, dann kommt der Guardian Angel und im Anschluss kommt dann noch das Rebirth quasi zum Tragen. Und nee, das habe ich schon gelogen. Das Omen of Death ist natürlich als allerletztes, also das kommt dann quasi nach eurem Rebirth zum Tragen. Ansonsten war es aber so richtig, erst Chrono-Shift, dann der GA, dann eure Passive und dann eben die Ulti von Yorick. Ja, damit wie gesagt könnt ihr eben bis zu vier Tode quasi überleben und das ist, denke ich, schon eine ganz nette Eigenschaft von Anivia. Ob man das jetzt so großartig ausnutzen möchte, beziehungsweise ob man ein Team mit Yorick und Cillian haben möchte und dazu noch eine Anivia, ist halt eben auch noch die andere Sache. Aber egal, wir sind mittlerweile schon auf Level 6 angekommen und haben noch nicht eine Fähigkeit wieder vorgestellt. Sehr schön auch gerade der elastige Slingshot da von Zack über die Wand, der nicht so wirklich geklappt hat. Aber egal, wir kommen damit zum Coup. Der nennt sich Flash Frost und ist ein Pass-Through-Linear-Skill-Shot. Dabei schießt Anivia dann so eine Art Eiskugel von sich weg, die dann erstmal linear quasi eine gewisse Reichweite fliegt und an allen gegnerischen Einheiten, die sie überfliegt, erst schon mal magischen Schaden macht und außerdem auch noch den Chilling-Debuff auf sie setzt. An der maximalen Reichweite explodiert das ganze Ding dann, macht dann nochmal zusätzlich magischen Schaden und Stunt außerdem auch noch gegnerische Einheiten in diesem Bereich. Man kann das Ganze allerdings auch während der Flugphase schon manuell zünden. Da gibt es eigentlich auch gar nicht allzu viel mehr zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir das gleich mal sogar noch fliegen sehen, in dem Fall erstmal nicht. Doch da ist es gerade geflogen, habt ihr gesehen. Ich habe es auch gar nicht manuell gezündet, das heißt, da ist es bis zur vollen Distanz geflogen. Ja, generell, Crowd-Control-Fähigkeiten wie zum Beispiel Stunt oder auch Silence-Effekte können natürlich auch das vorzeitige Zünden dieser Fähigkeit verhindern. Das heißt, da müsst ihr natürlich auch ein bisschen aufpassen, je nachdem, wie ihr das einsetzt. Dass zum Beispiel Soraka oder wer auch immer Blitzcrank euch da irgendwie durch Silence-Effekte da schaden kann, muss man natürlich schon da ein Stück weit aufpassen. Aber generell, denke ich, ist man da schon ganz gut mit, wenn man das halbwegs ordentlich platziert, dann auch eben mit der Zündung ganz ordentlich dabei. Ja, die zweite Fähigkeit, auf W gelegt. In diesem Falle haben wir eben auch schon zwei oder dreimal zum Einsatz kommen gesehen. Da haben wir auf jeden Fall gerade auch nochmal den Flash-Frost gesehen. Nein, das ist in diesem Falle nämlich das Crystallize. Da erschafft Anivia eine, ja, mehr oder weniger lineare Eiswand, die als unpassierbares zereigelt. Das heißt, da kann man dann nicht unbedingt durchlaufen. Man kann zwar drüber flashen oder Aria, ich weiß gar nicht, ob Aria mit ihren Charges da auch durch kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute es sogar fast. Auf jeden Fall gibt es hier vielleicht sogar schon mal direkt unseren ersten Kill. Das ist natürlich schon mal sehr schön da gegen Arthrox in unserem eigenen Jungle erwischt. Ja, ansonsten gibt es eigentlich zu der Wand nicht allzu viel zu sagen. Sie macht nämlich nicht wirklich viel, außer halt eben dumm rumstehen. Wie jetzt hier auch zum Beispiel gerade gesehen. Das war jetzt hier gar nicht mal so schlecht. Da muss Aria auch direkt mal ihre Ulti verwenden, um da noch genug Distanz zwischen sich und uns zu krähen. Und von Aria auch nicht da von unserem Stun getroffen zu werden. Die Wand zieht allerdings Aggro, wenn man in Tower Range ist. Sie macht zwar eigentlich keinen Schaden, aber trotzdem, sobald Gegner dagegen läuft, der zieht sie halt trotzdem mit die Aggro. Man weiß nicht genau warum. Ist aber auf jeden Fall so. Gibt außerdem auch noch ein bisschen Vision in dem Bereich, wo sie eingesetzt wird. Und ja, ansonsten gibt es auch dann sogar ein Assist dafür, wenn ein Champion vorher, oder nicht vorher, sondern dagegen läuft und dem Anzug dann eben stirbt. Das heißt, da könnt ihr euch sogar dann noch einen Assist-Punkt quasi holen. Ansonsten aber, wie gesagt, eine relativ simple Fähigkeit. Ihr stellt das Ding quasi ja mal einfach dahin. Ist ähnlich wie bei der Wand von Kartus. Auch wenn die ja eher aus magischen Bestandteilen dann zu bestehen scheint. Das da mit steigender Stufe einfach die Breite dieser Wand höher wird. Momentan seht ihr, das ist doch relativ klein, das Ganze. Da haben wir erstmal uns in Sicherheit geflasht. Ich weiß gar nicht, ob das zwingend notwendig gewesen wäre. Aber ich glaube, wir haben auch gesehen, dass der Kollege Maokai da oben am Start war. Und dementsprechend sollten wir das Ganze dann da nicht überreizen. Ja, damit kommen wir dann zur letzten Standardfähigkeit. Das ist auch die, die man eigentlich so als erstes maximiert, weil sie doch für den doch ganz ordentlichen Schadensoutput von Anivia zuständig ist. Und zwar den Frostbite. Das ist seine Targeted Ability. Das heißt, die Casted dann quasi einfach auf ein bestimmtes Ziel. Da haben wir es auch gerade auf das Siege-Manion fliegen gesehen. Macht magischen Schaden am Ziel, wenn es da eintritt. Und wenn euer Ziel ja eben mit diesem Chill-Debuff, den wir ja eben zum Beispiel einmal schon mal über die Q-Fähigkeit da erreichen können, aber auch über eure Ulti, dann macht das Ganze sogar den doppelten Schaden. Was schon mal wirklich ganz nett ist. Da kam auch schon mal direkt der Uncharted Crystal Arrow angeflogen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn wir jetzt hier so ein bisschen der Problematik wären. Da kommt erstmal noch eine sehr schöne Wand, die es auch wirklich da schafft, Ash noch zumindest ein Stück weit zu retten. Da kommt noch die Marrier von Ari raus. Und wir überleben das Ganze hier sogar noch erstmal. Jetzt müssen wir natürlich wahrscheinlich hier dem Kollegen Sek auch noch ein Stück weit helfen. Da kommt auch erstmal noch die Ulti zum Einsatz, um da noch ein bisschen, ja quasi, Slow-Effekt zu erreichen. Der Sampling macht auch noch ganz ordentlich Schaden. Wir haben natürlich auch immer noch im Notfall unsere Passive da am Start. Aber im Endeffekt haben wir jetzt hier ja quasi 1 für 1 getradet, was glaube ich da bei einem anfänglichen 4 gegen 2 gar nicht mal so schlecht ist. Oder ist Slash auch gestorben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, wir haben auf jeden Fall das Ganze überlebt und einen weiteren Assist abgestorben. Das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Ja, wie gesagt, dieser Chilt-Debuff kann halt eben über euer Q oder über eure Ulti, zu dem wir jetzt gleich noch kommen, ja quasi auf dem Gegner platziert werden. Aber, und das ist ja sehr schön, dass wir das gerade hier im quasi Spiel dabei haben, auch durch den Enchanted Crystal Arrow von Ash, also quasi durch die Ulti. Das heißt, wenn sie damit ein Ziel trifft, beziehungsweise ich vermute mal sogar auch alle Ziele, die so da dann drumherum stehen und halt eben diesen Splash-Damage quasi abbekommen, haben eben diesen Debuff. Das heißt, auch an diesen Zielen macht ihr dann mit eurem eh doppelten Schaden. Ja, und damit kommen wir dann jetzt schon zur viel zitierten Ulti. Hier auch eigentlich so die Fähigkeit mit der Anivia unter anderem auch ihre Tier of the Goddess, die eigentlich doch schon so zum Standardbild gehört, einfach nur, weil Anivia auch über diese Ulti halt wirklich sehr, sehr mana-intensiv ist. Und zwar ist das der Glacial Storm, haben wir ja auch schon gehört, diesen Namen jetzt hier im Zusammenhang mit den anderen Fähigkeiten. Und da haben wir es auch gerade wieder gesehen. Ist eine, ja, toppelbare AOE-Fähigkeit, die ihr dann einfach mehr oder weniger auf den Boden platziert, da wo ihr es halt gerne hättet. Macht dann eben magischen Schaden, und zwar jede Viertelsekunde, also alle 0,25 Sekunden, an allen Gegnern, die sich eben in diesem Bereich befinden. Und markiert dieser dann natürlich halt eben auch mit diesem Schild-Debuff. Das heißt, das natürlich auch eigentlich schon mal sehr, sehr gut einzusetzen, um halt eben dann quasi relativ zügig da auch Schaden zu bekommen. Also ihr müsst nicht unbedingt euer Coup treffen, was nämlich manchmal gar nicht so einfach ist, sondern könnt eben zum Beispiel auch einfach quasi mal kurz die Ulti auf den Boden schmeißen, wo der Gegner ist, und euer E dann drauf spammen. Und dann habt ihr eigentlich ganz gute Chancen, da schon mal ordentlich Schaden zu drücken. Ja, neben dem Movement Speed Slow ist natürlich auch noch ein Attack Speed Slow dabei. Das ist natürlich auch gar nicht zu vernachlässigen. Dementsprechend auch natürlich sehr gut, falls ihr mal in den Infight müsst, gegen zum Beispiel gegnerische AD-Carries. Das heißt, auch da habt ihr natürlich dann etwas größere Chancen, das Ganze zu überleben. Und dementsprechend, ja, muss man da natürlich auch ein bisschen aufpassen, A, wann, B, wie lange und B, wo man das Ganze dann eben auch hinlegt. Aber ist natürlich zum Beispiel auch sehr, sehr gut, um mit Anivir halt zu fahren. Ich denke, ihr werdet es jetzt auch wieder sehen. Genau, einfach gerade auch, wenn so eine Wave zum Beispiel in der Mitte ankommt. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt gleich vielleicht sogar mal in Live und in Perfektion sehen. Schmeißt ihr das Ganze einfach quasi so relativ zentral eben auf den Boden. Lasst euer Kuh dann drüber fliegen. So wahrscheinlich, wie nämlich jetzt hier passiert. Und dann geht das eigentlich A, relativ schnell, dass die Wave weg ist. Und B, bekommt ihr auch relativ viele dieser Last Hits. Ja, eine letzte Sache gibt es noch zum Glacial Storm zu sagen. Und zwar die Slow-Effekte von eben diesem Glacial Storm und auch von eurem Flash Frost, also von eurem Kuh. Die stacken natürlich nicht, denn sonst wäre das Ganze natürlich ziemlich krass. Dementsprechend muss man da natürlich ein Stück weit dann auch das Ganze halbwegs sinnvoll nacheinander vielleicht auch einsetzen, wenn man da eben möchte, dass man da wirklich dann halt auch die volle Distanz quasi dieser Slow-Effekte dann auch ausnutzt. Da haben wir gerade mal so eine Art kleinen Sneaky Damage-Output quasi auf Anifahren. Und da haben wir auch gerade mal sehr schön gesehen, wie man das Ganze halbwegs sinnvoll einsetzt. Nämlich, wenn der Gegner dann einem doch ein Stück weit zu nah auf die Pelle gerückt ist, dann kann man eben auch sehr schön einfach die Wand kurz hinter ihn stellen. Dann ist er nämlich erstmal A, meistens ein bisschen verwirrt. Und B, dann hat auch erstmal in seinem Movement ein Stück weit blockiert. Dann legt man eben die Ulti quasi auf ihn drunter und dann im Anschluss dann das E hin dran. Jetzt haben wir allerdings gerade auch, wenn wir eben den Blue-Buff vom Glacial-Team geklaut haben, gerade unseren eigenen Glacial Cloud bekommen. Jetzt geht es hier allerdings erstmal hinter Maokai und hinter der guten Niederleher, die allerdings scheinbar auch erstmal noch ein Stück weit entkommen kann. Und zwar sogar, glaube ich, mit unserem Blue-Buff oder hat den Maokai, ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt auf jeden Fall erstmal hier der Flash über die Wand, um Draven da am Backport zu hindern. Jetzt geht es hier auch quasi direkt in den Infight. Da haben wir natürlich jetzt hier erst schon mal ein bisschen das Problem, dass wir auch unsere Ulti da eben woanders schon hingesetzt haben. Die hat natürlich auch einen kleinen Cooldorn, bis man die wieder casten kann. Auch wenn sie ja togglebar ist, geht das Ganze doch relativ schnell. Aber im Endeffekt hat es jetzt hier dann doch gereicht, auch aufgrund des sehr guten Wards da im Tribush. Das heißt, das hat uns natürlich schon sehr geholfen, um einmal zu sehen, dass sich Draven da jetzt wirklich zurückportet und wir dann, wenn wir da noch hinkommen wollen, uns wirklich über die Wand flaschen müssen. Und dementsprechend war das jetzt, glaube ich, hier auf jeden Fall sehr effektiv. Haben jetzt auch unseren zweiten Kill hier abgestaubt. Ich weiß gar nicht, wir warten, glaube ich, noch darauf, dass unser Team jetzt hier auch noch den Dragon quasi zu Ende bringt. Denn dann dürften wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Gold am Start haben. Gucken gerade mal. 1700 nehme ich jetzt mit dem Dragon und damit reicht es dann nämlich jetzt hier sogar schon für den Rod of Ages. Das waren auch unsere ersten Items, die wir uns eben gekauft haben. Nicht einmal den Catalyst, der Protector und im Anschluss dann auch die Tier of the Goddess, die auch, glaube ich, mittlerweile schon halbwegs gesteckt ist. Wir gucken gerade mal, ja, Hälfte voll haben wir ungefähr schon, ist jetzt nicht so überragend nach 16 Minuten. Da kann man durchaus schon mal auch ein bisschen mehr drauf haben. Aber je nachdem, wir sind ja hier auch doch relativ viel am Romen gewesen. Ich weiß gar nicht, ja, die Wall war natürlich jetzt hier sehr, sehr stark und natürlich auch der Engage. Da müssen wir jetzt natürlich doch ein Stück weit aufpassen. Ich denke, es ist hier sehr schön da der Kollege Sek quasi mitten für uns in die Bresche gesprungen. Geht da jetzt, glaube ich, auch erst mal in seine Passive. Das heißt, da sollten wir natürlich jetzt schon noch ein Stück weit aufpassen. Er ist jetzt hier im direkten Duell mit Ari und im Endeffekt bekommen wir jetzt hier sogar noch den Kill. Sek überlebt das Ganze auch noch an seiner Passiven. Da konnte jetzt also das Gegner des Team nicht genug Schaden machen und damit hat er zwar seine Passive verloren, ich allerdings meine immer noch nicht. Das ist natürlich auch schon mal sehr, sehr schön zu wissen und natürlich auch manchmal ein Grund, dann vielleicht nicht unbedingt wegzulaufen, wenn man sieht, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Gegner mal noch ein paar Fähigkeiten auf einen selbst dann ja mehr oder weniger verschwendet, weil man dann erst mal in seine Passive geht und dadurch dann eventuell auch seinen eigenen Teamgliedern noch ein bisschen Zeit erkaufen kann, um halt eben quasi dann die anderen Gegner quasi zu beseitigen. Damit haben wir jetzt hier 3-0-3 am Start. Das ist also, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Beim Farmen haben wir ja die gute Ari auch ein Stück weit abgehängt, auch wenn das natürlich jetzt hier nicht wirklich optimal ist. Aber wie gerade eben schon gesagt, wenn man halt so viel unterwegs ist im eigenen, im gegnerischen Jungle und auch sonst wo auf der Map, dann ja, muss man halt da schon mal ein Stück weit mitleben, dass der Farm da generell nicht ganz so pralle ist. Da kommt jetzt auch mal wieder der Glacial Storm zum Einsatz, um da ein Stück weit wegzufahren. Damit haben wir jetzt auch die 100 CS geknackt. Wir gehen jetzt hier auch, glaube ich, mal direkt wieder in Richtung Top-Lane, wo aber der gute Sek, glaube ich, da gerade keine Probleme hatte, da noch mit dem Elastic Slingshot über die Wand dann dem Kollegen Maokai zu entkommen. Damit geht es also jetzt hier erstmal wieder zurück in die Mitte, wo wir jetzt auch hier wieder mit unserer normalen Standard-Kombo quasi die Minions wegfahren. Wards gehen jetzt hier auch mal noch ein Stück weit ins Repertoire. Da haben wir natürlich genug Gold vorhanden und da kommen jetzt dann auch mittlerweile genug Pings, um unserem Team auf der Botland zu signalisieren, dass sich Ari also wieder auf dem Weg nach unten befindet. Wir machen jetzt erstmal hier noch ein Stück weit Push-Action quasi in der Mitte. Wollen da natürlich nicht unbedingt jedes Mal mit der guten Ari mit nach unten laufen, falls sie sich da mal wieder auf den Weg gemacht hat. Und dementsprechend gucken wir jetzt mal jetzt hier sehr schön da der Glacial Storm über die Wand quasi. Da kommt auch nochmal die Crystallized Wall zum Einsatz. Und vielleicht können wir jetzt hier sogar nochmal mit einer weiteren Ulti-E-Kombi schon einiges an Schaden drücken. Das ist natürlich auch immer so ein Trade-Off, den ihr dann quasi eingehen müsst. Je nachdem wie ihr Anivia bildet. Das ist jetzt eher so die Variante mit doch sehr gutem Sustain, vor allem auch sehr gutem Sustain-Damage, also quasi etwas länger anhaltendem Schaden. Ihr könnt natürlich auch relativ früh schon in Richtung Rabatons Death Cap gehen, um dann halt im Endeffekt wirklich richtig krassen Burst-Schaden zu fahren. Jetzt geht uns erstmal hier hinter dem guten Maoka her, der auch noch direkt einmal versucht mit seinem Root ein bisschen was zu reißen. Wir müssen ein Stück weit hier aufpassen, haben nicht mehr allzu viel Mana hier am Start. Und der gute Zag hat natürlich auch seine Passive nicht mehr. Da sollt man natürlich hier nicht außer Acht lassen. Jetzt geht es hier erstmal hinter Ari und hinter Maoka her. Wir haben natürlich immer noch unsere Passive. Das heißt, da können wir uns natürlich im Notfall immer noch ein Stück weit drauf berufen. Aber im Endeffekt sollten wir das Ganze jetzt hier nicht überreiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die beiden uns jetzt hier nicht vielleicht sogar noch diven gehen. Atrox kommt hier sogar auch noch in die Mitte. Und ja, ich bin mir jetzt hier nicht ganz so sicher, ob das hier die beste Idee ist, da sogar noch ein Stück weit zu warten. Urgott kommt allerdings jetzt auch noch mit hinunter in die Mitte, um uns da noch ein Stück weit zu unterstützen. Und dann, nachdem wir jetzt noch einmal kurz den Glacial Storm hier eingesetzt haben, sieht es eigentlich erstmal soweit ganz gut aus. Das heißt, da war vielleicht dann doch ein bisschen die Überaggression von Zac nicht so optimal eingesetzt. Einmal halt aufgrund der Tatsache, dass er halt wirklich seine Passive nicht am Start hat und eben auch aufgrund der Tatsache, dass mein Mana-Balken doch relativ leer war. Dafür ist natürlich dann im Endeffekt auch die Träne schon ganz okay, auch wenn wir da immer noch nicht wirklich bei den Stacks großartig weitergekommen sind. Aber im Endeffekt, wenn man die dann so mit 750 Bonus-Mana aufgeladen hat und auch seine Ulti nicht allzu dämlich einsetzt, kann man da doch schon halbwegs was ordentlich reißen. In der Mitte geht es hier scheinbar gerade noch ein Stück weit zur Sache. Urgott da auch relativ low. Jetzt hier Ash auch noch direkt mitten in der Fire. Jetzt geht er erstmal direkt hier rein. Ihr seht, da mit einer Ulti und E-Kombo haben wir da schon den guten Draven auf knapp 20% seiner Lebenspunkte gebracht. Wir müssen jetzt mal ein Stück weit aufpassen da gegen Niederlay und auch gegen Artox. Aber zumindest jetzt insgesamt hier eins für eins getradet und da jetzt sowohl Thresh als auch meine Männlichkeit doch noch relativ gut da vorhanden sind. Jetzt geht es hier auch direkt mal mitten unter dem Tower. Und da ist sogar dann noch der Kill hier, der Double Kill im Endeffekt. Sogar, ich glaube, allein durch unsere Ulti da gegen Niederlay und auch gegen Thresh. Das heißt, das hat jetzt hier schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Haben dadurch auch, ich weiß gar nicht von wem, hier sogar noch einen Blue-Buff abbekommen. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schön, weil er eigentlich fast lebensnotwendig auf Anivia. Und dementsprechend soll es jetzt hier auch kein Problem sein, den Tower auf der Mitte einzureißen. Vielleicht sogar noch ein bisschen Schaden da auf den zweiten Tower zu machen. Ich weiß nicht genau, ob Marker jetzt hier quasi verrückt genug ist, hier uns sogar selber anzuspringen. Das sieht in dem Fall erstmal nicht so aus. Und dementsprechend geht es jetzt hier vielleicht nochmal zurück in die Base, weiß gar nicht so genau. Man muss ja mal da ein bisschen gucken, dass man nicht zu häufig zurück in die Base geht, aber auch nicht zu selten. Denn wenn man so 3000 Gold mit sich rumschleppt, ja, ist das auch schon gut. Aber davon hat man halt in den Teamfights auch nicht wirklich was. Das Ugold jetzt hier auch schon mit ganz ordentlichem Schaden da auch. Hat mittlerweile, glaube ich, hier auch schon Malamune komplettiert. Dazu noch das Glacial Shroud und ein Hextrinker. Das sieht also auch schon mal sehr, sehr gut aus da im Bild. Jetzt müssen wir jetzt mal wieder ein Stück weit aufpassen. Anivia geht da auch sehr aggressiv zu Werke. Wird da auch mal sofort richtig ordentlich weggebürstet. Wir haben natürlich jetzt hier mal uns wieder ein Stück weit zurückgezogen. Wir werden da wahrscheinlich jetzt hier wieder einfach unsere Ulti da auf den Boden schmeißen. Da kommt auch noch der Frostbite quasi angeschossen. Ash jetzt hier auch sehr, sehr stark mittlerweile hier im Fight. Und ich denke, da wird wahrscheinlich jetzt hier auch Niederleder noch ins Gras beißen. Und damit jetzt hier sogar ein Ace. In dem Falle ja für den einen Tod von Thresh. Das war natürlich jetzt hier ein sehr, sehr guter Teamfight für uns. Auch sehr schön da gemacht. Da war auch gerade die Passive von Zack wieder am Start. Das heißt, der hat das Ganze auch überlebt. Und im Endeffekt durch den ganzen AOE-Schaden, vor allem auch durch den AOE-Slow, haben wir es da wirklich geschafft, das gegnerische Team da sehr, sehr gut zu beschäftigen. Beziehungsweise auch eben zu zonen. Unter anderem auch durch eben die Crystallized Wall von Anivia. So, den Speer hätten wir auch fast wieder sehr schön gefangen. Da muss man natürlich immer ein Stück weit aufpassen. Vor allem, ja, wir haben jetzt glücklicherweise mittlerweile hier auch die Zweier-Boots am Start. Denn ansonsten wirkt zumindest Anivia immer so elendig langsam. Weil der einfach keine Laufanimation hat, sondern so langsam durch die Gegend fliegt. Aber egal. Anivia auf jeden Fall auch ein sehr, sehr starker, ja quasi Objective-Sichersteller. Haben wir auch gerade in dem Fall hier gesehen. Einmal dadurch, dass er eben durch ihre Ulti auch wirklich sehr, sehr konstant sehr, sehr viel Schaden machen kann. Ja, was jetzt direkt davor hat, der weiß er auch nicht so genau. Aber egal. Und dementsprechend kann man natürlich auch dann im Anschluss mit dem Frostbite da ganz gut eben zusätzlichen Schaden oder relativ starken Burstschaden austeilen. Jetzt hier auch der Kollege Thresh mal wieder sehr stark mittendrin. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt hier noch schaffen, Draven da zu töten. Ich flash mich auch direkt mal noch über die Wand. Das sieht hier noch halbwegs gut aus. Unsere Passive hier auch immer noch am Start. Das heißt, da könnten wir jetzt auch ruhig mal den Speer fangen. Da ist es auch sogar passiert. Jetzt wird wahrscheinlich hier die gute Nidalee versuchen, uns wegzuholen. Was ihr aber wahrscheinlich hier nicht gelingen wird. Und dementsprechend geht es direkt mal nicht. Schade eigentlich, dass sie da gerade noch außerhalb der Reichweite der Wand gehübscht ist. Denn sonst hätten wir da sicherlich durchaus noch den Kill vielleicht sicherstellen können. Denn so viel Schaden dürfte sie mit ihrer Träne und dem Philostone da nicht unbedingt drücken. Aber egal. Das hat auf jeden Fall jetzt hier scheinbar gerade nicht so komplett gut funktioniert. da mit diesem Teamfight oder mit dem letzten Teamfight. Denn, ja, wir sind, glaube ich, da immerhin drei Leute verschieden oder so. Draven, ah ne, ich war. Ha, ich habe wieder auf der falschen Seite gekommen. Blödsinn. Das heißt, zwei für zwei. Geht also so. Aber im Endeffekt, ja, könnte man natürlich da vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr rausholen können, wenn man das Ganze ein bisschen sinnvoller strukturiert hat. Aber jetzt stirbt hier im Anschluss auch noch die gute Nidalee. Das ist natürlich auch schon mal sehr schön. Alles hier natürlich auf der Jagd nach unserem eigenen Blue-Buff, den sich, glaube ich, hier wieder der Kollege Maokai angegangen hat. Oder in dem Fall vielleicht sogar Nidalee, denn Zack hat jetzt hier scheinbar den Blue-Buff. Das heißt, den haben wir zumindest jetzt wieder für unser Team sicherstellen können. Das gibt uns vielleicht jetzt hier die Möglichkeit, auch noch mal ein Stück weit in der Mitte zu pushen. Also natürlich jetzt hier auch aufpassen, da Vision-Technik sind wir jetzt hier nicht sonderlich gut ausgestattet. Aber haben natürlich jetzt auch zumindest in ein paar Sekunden im Notfall wieder den Enchanted Crystal Arrow von Ash am Start. Jetzt geht es jetzt mal wieder an den gegnerischen Blue-Buff, den wir auch mittlerweile dann doch relativ konstant unter Beschlag genommen haben. Vielleicht gibt es jetzt hier sogar noch die Möglichkeit, die gute Ari da wegzuholen, falls die sich jetzt gleich hier dazu gemüßigt fühlt, eben ihren eigenen Blue-Buff doch noch mal in Angriff zu nehmen. Jetzt hat jetzt mal Thresh da scheinbar ein bisschen Bock auf Beef. Sehr schön, da auch wieder den Hook getroffen. Jetzt geht es hier mit der Wall wieder mitten rein. Da kommt nur noch ein sehr schöner Crystal Arrow da von Ash. Kann auch Maokai zumindest schon mal relativ lange slow. Und jetzt müssen wir ein Stück weit aufpassen. Arthrox geht da auch erst mal noch in seine passive Niederle jetzt auch hier immer noch hinter uns beiden her. Und ja, da hat es dann im Endeffekt uns sogar noch zerrissen. Im Anschluss sogar hier auch noch Thresh. Das heißt, jetzt geht der Teamfight hier gerade so ein bisschen in die Hose, weil jetzt Sek auch noch angekommen ist zum Schluss. Und ja, dann 4 bzw. 5 gegen 3 war dann vielleicht doch eine Hausnummer zu groß. Ash noch auf der Topline, auch wenn der Arrow natürlich doch sehr gut warfand. Aber dafür zumindest Urgoth hier unten auf der Bottomline pushen und wird jetzt hier sicherlich auch dann ohne Probleme den Tower noch zerstören. Damit haben wir auch da schon mal einen kleinen Vorsprung. Und generell beim Gold sind wir jetzt hier sogar schon fast bei 10.000 Gold Vorsprung angekommen. Da lässt sich erstmal Arthrox fast noch vom Tower zerstören. Geht deswegen auch direkt mal zurück in die Base. Aber gut, das wird jetzt wahrscheinlich dann in einem weiteren Tower enden. Jetzt hier unten scheinbar gerade Duell zwischen Draven und zwischen Urgoth. Und das hat glaube ich Urgoth heute gewonnen und zeitgleich sogar noch Ash mit dem Kill da oben auf der Toplane gegen Arthrox. Das heißt auch da jetzt wieder 2 Kills für unser Team. Und damit sollten wir jetzt hier doch wieder ganz gut in der Spur sein. Wir haben jetzt hier mittlerweile auch zumindest schon mal den Archangel's Death kompletiert. Auch wenn unser Tier-Hopper-Gottes immer noch nicht komplett vollgestreckt ist. Aber ich denke die letzten verbliebenen 50 Gold, äh 50 Gold, 50 Maler werden wir dann wahrscheinlich jetzt hier gleich doch mal am Start bringen. Da kommt erstmal wieder die Ulti. Das heißt da tickt das Ganze schon mal noch ein Stück weit hoch. Und ja damit sind es nur noch 40. Wir können mal so eine Art kleinen internen Countdown machen. Auch wenn das Ganze vielleicht nicht so wirklich spannend ist. Aber gut, wir machen jetzt erstmal hier so ein bisschen Buschcamping. Ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall sitzen wir erstmal ziemlich doof hier in der Hecke. Und gucken zu was da unten so passiert. Ja jetzt haben wir schon mal doch wieder Bock mitzumachen. Und dementsprechend geht es jetzt hier vielleicht nochmal zurück in den Fight. Aber jetzt sieht es erstmal aus, wenn wir uns erstmal wieder uns in der Mitte mit ein bisschen Farm bespaßen würden. Da geht es auch mittlerweile dann schon ganz gut mitten durch mit ja quasi dem Rapid Bite. Mit dem Frostbite. Nicht mit dem Rapid Bite. Das ist immer noch das Goof von Trundle. Und ja dementsprechend würde ich sagen, Gehen wir jetzt auch mal hier erstmal aus der komplett festen Ansicht von Nivea raus. Da haben wir gerade erstmal Maokai und auch Niederli ein Stück weit gesont. Dafür bekommt jetzt der Kollege Maokai auch erstmal direkt richtig ordentlich Schaden. Da wieder sehr schöner Hook von Thresh. Allerdings sollten vielleicht jetzt hier unsere komplette Energie da auf den Kollegen Maokai verbraten. Jetzt hier wieder sehr schön ein Chartered Crystal Arrow von Ash quasi aus der Base. Das heißt, da können wir jetzt, wenn wir uns Rulti da halbwegs ordentlich hinpacken, nochmal richtig ordentlich Schaden machen. Da kommt auch der Kill gegen Ari. Thresh geht jetzt hier auch wieder mitten rein. Zack überlebt das Ganze sogar auch jetzt wieder aufgrund seiner passiven. Ja, die wollen wir jetzt suboptimal. Konnte mal jetzt so oder so sein, dass er ist im Endeffekt auch hier wieder ein 3 für 2 Trade. Ich weiß gar nicht, ob Zack jetzt hier sogar noch über die... Ich glaube, sie gehen sogar noch ein Stück weit hinterher. Das interessiert uns aber gerade erstmal nicht, denn wir nehmen noch ein bisschen mehr Fahr mit. Und hamstern jetzt auch wirklich endlich schon, unser Seroths Embrace da komplett aufzubauen. Jetzt hier glaube ich sogar noch Ash mit dem Kill gegen Nivea. Ich sehe auch hier wieder die quasi Ulti sehr schön da im Endeffekt sogar noch mit den Systemen gegen Draven, beziehungsweise erstmal die Wall. Und ja, das war dann jetzt sogar hier mehr oder weniger ein Delayed Ace. Auch wenn jetzt der gute Maokai direkt mal mit den Homeguard Boots da aus der Base gerannt kommt, Ashken ist auch direkt mal hinterher. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier den Tower noch platt machen. Aber gut, das hat jetzt in jedem Fall erstmal halbwegs gut geklappt. Da kommt auch erstmal nochmal die Wall. Und ihr seht, wir machen da in Kombination mit Ash schon richtig krassen Schaden. Bei einer neuen 1 Amidia ist das Ganze jetzt hier auch nicht so unerwartet. Jetzt geht erstmal nach hier hinter Ari her. Ich weiß nicht, ob der Schaden da noch ausweicht von Sek. Vermutlich erstmal nicht. Haben jetzt auch nach diesen beiden Standard-Items direkt mal mit einem Needlessly Large Rod weitergemacht. Das heißt, jetzt also hier wirklich Hardcore-APs sind auch mittlerweile bei knapp 400 AP angekommen. Zum Vergleich vielleicht gerade mal die gute Ari steht da noch bei knapp 200. Also in etwa der Hälfte. Und ja, dementsprechend macht also denn jetzt hier unser Frostbite generell schon mal knappe, ja, runden wir mal großzügig auf 400 Schaden. Und eben dann gegen Champions mit dem Debuff. Also damit schon fast 800. Und das ist für einmal Burstschaden dann wirklich schon ganz, ganz ordentlich. Und kann dann eben zum Beispiel aus so einem Kollegen Drame mit seinen, na, gucken wir mal gerade mal nach, 1600 HP, dann auch schon mal eben lockerflockig auf 50% runterholen. Ja, auch hier geht es jetzt wieder an den nächsten Dragon. Den hatten wir also doch relativ konstanter in unserem Besitz. Ich weiß gar nicht genau, Thresh sollte da jetzt ein Stück weit aufpassen. Aber Sek geht da auch direkt mal wieder mitten rein. Hook hat in dem Fall leider hier nicht ganz funktioniert. Da haben wir auch gerade erstmal noch ganz ordentlich Schaden von der guten Ari, glaube ich, bekommen. War es in dem Fall. Wir sind hier auch wirklich sehr, sehr low. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Passive schon wieder am Start haben. Das ist das Falsche. Ja, hätten wir sogar, das heißt, da hätten wir sogar noch ein bisschen was riskieren können. In dem Fall hat es aber auch so erstmal gereicht. Und ich denke, Ash geht da jetzt hier sogar noch relativ gut mitten durch. Da kommt zwar dann nochmal die Passive in dem Falle von Adrox zum Einsatz. Auch wieder hier sehr, sehr schöner Hook. Also ich glaube, der Thresh hatte den definitiv nicht zum ersten Mal gespielt. Und dementsprechend jetzt auch hier relativ gut dieser ganze Teamfight verlaufen da für uns. Auch wenn es hier vielleicht gleich ein kleines Problem steht. Genau, da kommt nämlich Maokai durch die Wand. Und der gute Drain von unten arbeitet, wie Ash den mehr oder weniger im Alleingang wirklich komplett verhaut. Jetzt geht hier Maokai sogar noch im Endeffekt durch die Wand. Da kommt der Slingshot und dann eben auch noch das W, glaube ich. Also wo er sich quasi so in sich selber auf der Cell Division heißt. Ich glaube, das ist die Passive. Wir gucken gerade mal nach, wie sie heißt. Kann ja nie schaden. Und zwar in das ganze Unstable Matter. Ja gut, das hätte ich als Physiker natürlich durchaus wissen können. Ja, wir sind also jetzt hier immerhin dann schon beim zweiten Inhibitor Tower angelangt. Hier die gute Ariad trägt man noch im Sonjas Chorglas. Wird aber da auch hier im Endeffekt genau im richtigen Moment wieder sehr schön da angegriffen von, beziehungsweise angesprungen mehr oder weniger von Sek. Er ist jetzt auch hier in Kombination mit Urgoth da unten am zweiten Inhibitor. Den sollte man natürlich jetzt schon versuchen noch mit in unser Repertor aufzuhören. Das geht jetzt erstmal noch hinter Nidl her. Wie ihr eben seht, ja, eine Börse-Kombo von uns reicht ja schon wirklich aus, um auch bei ihr mehr oder weniger da ein Drittel der Lebenspunkte wegzuziehen. Und auch hier dann wieder in Kombination mit Urgoth. Weiterer Double Kill eben auch für Urgoth, aber auch wieder mit freundlicher Unterstützung vom Vogel aus der Nachbarschaft. Ja, den Kill dürften wir uns dann auch mal noch einverleiben. Das heißt, auch da haben wir jetzt noch wieder ein Stück weit draufbekommen. Sek immer noch auf der Flucht hier vor Maokai. Das dürfte wahrscheinlich eine ewig andere Geschichte werden. Da kommt sogar noch der Elastic Slingshot, aber eben auch direkt gefolgt vom Root von Maokai. Das heißt, da gab es dann in dem Fall kein Endring mehr. Ich weiß gar nicht, da ist jetzt glaube ich sogar noch der Inhibitor dann wirklich auch draufgegangen, womit also dann im Endeffekt unsere Sammlung hier auf sieben Türme und zwei Inhibitoren angestiegen ist. Das heißt, da sind wir natürlich jetzt hier schon mit ganz gut dabei. Knapp 15.000 Gold der Vorsprung. Das heißt, das sieht auch ganz gut aus. Jetzt geht es erstmal wieder an den Gitarren Blubuff, wo sich gerade der Kollege Maokai befindet. Und ja, ich denke, da sollte man sich jetzt hier auch keine großartigen Späße mehr verlieren, um da jetzt wirklich irgendwie was zu riskieren. Deswegen gibt es jetzt hier auch noch den Encharted Crystal Arrow mit ins Gesicht. Also entweder waren diese Leute alle sehr, sehr gut, was ich jetzt unbedingt bei einem Normal nicht unbedingt voraussetzen würde. Oder aber da hat auch ein bisschen das Glück mitgespielt in diesem Spiel quasi. Auf jeden Fall auch hier wieder der Crystal Arrow wirklich sehr, sehr gut platziert. Unsere Passive zwar dabei draufgegangen, aber zumindest den gegnerischen Blubuff haben wir mitgenommen. Das heißt, auch da dürften wir uns in naher Zukunft erstmal keine Probleme mehr um unser Mana machen. So, jetzt hier wieder lustiges Hacken, Hocken quasi da von Ash und auch von Thresh müssen wir uns hier ein Stück weit aufpassen. Da hat nämlich leider die gute Ari, glaube ich, ein Stück weit was gerochen. Wir allerdings haben jetzt erstmal hier den Kill gegen Niederlea noch zu herstellen können. Auch wenn Arya dann in dem Fall, glaube ich, mit der Flash-Kuh-Kombo quasi da auch uns dann nochmal zum zweiten Mal immerhin in diesem Spiel schon ruhig stellt. Da war dann auch eben unser Ei gerade nicht verfügbar. Jetzt geht es hier hinter Arya, die zunimmt auch direkt mal noch. Und Barrier dürfte wahrscheinlich hier nicht mehr wirklich ausreichen. Im Endeffekt stirbt sogar noch Atrox vor ihr. Ich glaube, der hatte auch nicht wirklich viel Spaß da am Spiel. Und ich sehe gerade, der hat AP gebaut. Das könnte die Sache ein Stück weit erklären. Aber gut, ich denke, auch Urgoth hat da seinen Teil zu beigetragen, dass das Ganze für ihn da nicht wirklich funktioniert. Das funktioniert jetzt hier sehr schön da, die Ulti, auch in Kombination hier mit dem Slingshot. Und da wird halt selbst so ein Tanki-Charakter wie eben auch Maokai relativ easy weggefokust. Da kommt sogar nochmal das Schild dann da zum Einsatz. Und ich denke, damit geht es jetzt hier auf für die Nexus Tower. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt hier noch großartig was passiert. Vielleicht werden wir zumindest mal noch wieder respawnen. Da ist Ash noch. Da kommt nochmal der Chartered Crystal Arrow die Mitte runtergeflogen. Und ja, scheinbar geht es jetzt hier wirklich noch nicht ganz zu Ende, weil das Regime da doch nochmal ein bisschen Bock hat. Da kommt nochmal der Arrow angeflogen und trifft in dem Fall ein jetzt, glaube ich, in niemanden mehr. Aber vielleicht wird jetzt hier zumindest die gute Niederlehm noch draufgehen. Na, vielleicht auch nicht. Artox ist auch nochmal wieder gespawnt, genauso wie Ari. Aber im Endeffekt haben jetzt dann hier unsere Super Minions die ganze Arbeit geleistet. Und damit geht es dann nach 36 Minuten, ja, mit dem Abpfiff quasi jetzt so Ende. 47 zu 27, ich denke, ganz ordentlich teammäßig zusammengespielt. Da auch nochmal ein großes Loop an alle anderen meiner Teammitglieder von den ich zwar keinen kenne, aber vielleicht sieht es der eine oder andere ja doch. Zufälle gibt es ja immer wieder. Und ich denke, auch wir haben jetzt hier mit 12.2.12 nicht allzu schlecht gearbeitet. Natürlich auch dadurch bedingt, dass wir da wirklich immer sehr, sehr gute Unterstützung von unserem Team hatten. Ja, Item Build brauche ich jetzt hier sogar nicht mehr allzu viel zuzusagen. Da seid ihr schon ganz gut mit aufgestellt. Ist natürlich die Frage, ob man immer da hinkommt. Das ist also jetzt hier mehr oder weniger so eine Build-Variante. Ich weiß nicht, was ich hier hinten noch rausbauen wollte. Wahrscheinlich noch ein Void Stuff, um halt nochmal mehr zu drücken. Ja, das ist halt jetzt eher so die Variante. Doch ein bisschen Sustain und ein bisschen Survivability auch hier mit dem Schild von Zeros Embrace und eben auch noch vor allem der Magieresistenz des Abysseptors. Aber trotzdem noch gepaart mit ganz gutem AP-Schaden, nämlich hier 720 AP. Also das ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Und dementsprechend suche ich jetzt hier gerade jemanden, der hier am Nexus steht. Genau. Und ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch das sehr berühmte Bild von Frog, von den Evil Genius, der ja damals sehr für Furore gesorgt hat mit der Warmox-Anivia zum Beispiel. Generell nicht falsch die Überlegung, denn wenn das Ei halt einfach unglaublich viele HP hat, dann kriegt man das auch relativ schlecht tot. Und im Endeffekt macht auch Anivia mit nur 400 AP oder so, aufgrund einfach des verdoppelten Schadens über den Frostbite, dann doch noch ganz ordentlich, wirklich Damage. Aber wie gesagt, im Endeffekt denke ich, seid ihr mit der Variante hier, falls ihr halt bis dahin kommen solltet, denn nicht jedes Spiel mit Anivia läuft halt so 12-2-12 ab, seid ihr schon ganz gut dabei. Und auch 200 Minions nach 6-30 Minuten sind halt eigentlich grottenschlecht. Aber ihr habt ja gesehen, das Spiel verlief halt a. nicht lange und b. auch insgesamt auch im späteren Verlauf relativ selten auf den Lanes ab. Da war also doch schon relativ viel Action mit am Start. 74 Kills in 36 Minuten, das heißt im Endeffekt knappe 2 Kills pro Minute ist schon eine ganz ordentliche Quote und dementsprechend ist man dann auch mit Kills ein bisschen mehr zufrieden als mit ein paar Minions mehr. Das soll es aber dann eigentlich auch gewesen sein zu Black Frost Anivia. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play League of Legends. Mein Name ist Don Bleibt Einstein, Nino und ich bin raus für heute. Macht's gut Leute, ciao und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020